Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Disciples Liberation. Ja, ich war ganz kurz Ressourcen sammeln in der Stadt, hab mir das mal angeschaut. Ich glaube hier oben haben wir noch einen Typen, mit dem wir reden können. Hier rein halt das gebeugte Knie, keine Ahnung, was mit dem noch los ist. Das können wir vielleicht gerade noch mitnehmen. Und wir müssen noch die eine oder andere Quest hier erledigen. Genauso werden wir gleich vielleicht mal in den Skillbaum gucken. Oder ich würde sagen, das machen wir heute mal als allererstes. Und zwar hier, Fertigkeitsbaum. Wir sind Level 3, haben eigentlich, stimmt, wir sind jetzt Level 3 geworden. Dann will ich mal gerade was anderes gucken. Und zwar hier, Führungsstärke hat sich nichts getan. Keine Ahnung, warum das einmal einen Sprung gab. Ah, hier sieht man das auch eingezeichnet, was welche Führungsstärke kostet. Also die hier hinten in der letzten Reihe kosten 0, zumindest mal noch nicht, so wie ich das verstehe. Und hier vorne kosten die 3 hier jeweils 10. So, 5 Punkte hätten wir rein theoretisch noch übrig. Gefährten könnten wir noch einen mitholen. In der ersten Reihe maximal noch 5. Und wir könnten mit Zauber noch eventuell Leute mit dazunehmen und so eine, zumindest mal, charakterliche Überzahl generieren. Dann möchte ich noch was anderes gucken. Und zwar hier untersuchen. Kann ich hier irgendwo? Ah, genau. Moral neutral. Also, nochmal ganz kurz das Moralsystem. Verbessert oder verschlechtert die Kampfwerte von Einheiten. Wir kriegen plus 15% Kraft und plus 10% kritische Trefferchance. Ist ja definitiv schon mal relativ gut. Und ansonsten, ja, unten auf der letzten Stufe genau das gegenteilige Element. Das kann man sich, denke ich, mal merken. Jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich die Moral meiner Truppen gesteigert? Wir haben zweimal die Soldaten hier dabei. Beide sind neutral. Wir haben dann einmal hier diese, was war es wieder? Wie hießen die wieder? Entsandte oder so? Ah, ne Quatsch. Elfenallianz sind die? Okay. Ist auch neutral. Also wird sich das wohl an der Gesamtausrichtung, genau, die Besessene hier meinte ich eigentlich, die ist von der Legion der Verdammten, genau, das Wort habe ich eben gesucht. Ja, und die ist auch neutral. Das wird wahrscheinlich hier mit zusammenhängen, und zwar hier Tagebuch. Das hat gar nichts wirklich mit meiner Truppe zu tun, sondern genau, wie ich hier generell eingestuft bin. Ja, Einheiten des Imperiums erhalten plus zwei Moral und so weiter. Ja, also damit hat das wohl zu tun. Plus natürlich irgendwelche Charakterbonis, die meine Figur hat. Hm. Das heißt, ich muss irgendwelche, also Questentscheidungen und so weiter treffen, die das hier bei den Imperien, sage ich mal, oder bei den Fraktionen so verändern, wie ich mir das wünsche. Sagen wir es mal so. Da muss ich natürlich ein bisschen drauf achten. Dazu müsste ich allerdings auch ein bisschen die Einheiten kennen. Also es ist so, ich drehe mich ein bisschen im Kreis, was das angeht. So, solange ich nicht alle, aber ja, wir kennen ja noch nicht alle Einheiten, aber wir sind auch noch nicht so weit, Entscheidungen zu treffen. Ja, und dann haben wir das hier, einen wirklich sehr umfangreichen Fähigkeitenbaum letzten Endes. Einmal hier auf Kampf ausgelegt, dann auf Nephilim ausgelegt und Magie ausgelegt. Ich weiß nicht, ob all diese Fähigkeiten am Schluss eine richtig krasse Fähigkeit haben, aber hier hat mir, glaube ich, das hier zum Beispiel gut gefallen. Wo war es? Ich muss gerade gucken. Ich glaube, das hier war es. Passive Fähigkeiten von Aviana wirken sich auf alle Verbündeten auf dem Schlachtfeld aus. Das ist halt schon heftig. Vor allem, wenn man dann sieht, was hier unten die passiven Fähigkeiten sind, zum Beispiel hier Zwielichtswelle. Am Ende jeder ihrer Züge entfesselt Aviana eine Welle von Zwielichtsenergie um sich herum, die Verbündete innerhalb eines Feldes heilt und Gegnern schadet. Am Ende jedes Zuges, und das wäre jetzt bei jeder Kreatur so, wenn ich das richtig verstehe, also die zwei Sachen, Präsenz der Befehlhaberin sowie hier unten Zwielichtswelle, ist natürlich ein erstrebenswertes Ziel. Ich denke, hier der mittlere Baum Nephilim muss man, glaube ich, oder sollte man auch skillen. Ansonsten, weil da sind auch so Buffs für allmögliche Einheiten dabei und so, hier, wenn ich Elfenallianz mit mir führe, dass die irgendwie mehr Leben haben und so, dann später, dass die mehr Schaden machen oder mehr LP zurückgewinnen oder was auch immer. Da sind verschiedenste solcher Dinge drin, da müssen wir später mal gucken. Fangen wir einfach mal hier vorne an. Wir haben einmal hier gesucht, also ne Quatsch, das sind die passiven Effekte hier unten, die sich dann freischalten. Wenn ich 10 Punkte investiere, erzielt Aviana einen kritischen Treffer, wird das Ziel um zwei Runden gezeichnet. Eine gezeichnete Einheit erleidet als Ziel aus allen Quellen 10% mehr Schaden. Das heißt, 10 Punkte hier mal generell reinzusetzen, macht vielleicht schon Sinn, allein um das freizuschalten. Weil dazu habe ich keine andere Beschränkung, sage ich mal. Dann haben wir hier, das ist immer dann, braucht man auch nochmal 25 Punkte mit rein, muss man mit reinnehmen und man muss auch die dementsprechende Klasse spielen. Und das könnte dann auch wieder einen negativen Unterschied machen, das was wir vielleicht nicht wollen, weil wir eine Magie-Klasse spielen wollen oder sowas. Verringert die Abklingzeit von Avianas zweiter Fähigkeit um eine Runde, wenn sie ihr Ziel besiegt. Finde ich auch jetzt nicht so krass, glaube ich mal. Kommt drauf an, ob man noch andere Fähigkeiten bekommt oder sowas. Neuer Schwung wird Aviana zum ersten Mal in einer Schlacht besiegt, steht sie auf und kämpft mit 50% LP weiter. Sowas ist natürlich immer mal ganz nett. Ich habe eigentlich Dinge, die ich immer gern so im Kampf generell habe, finde ich eigentlich immer gut. Nicht so, wenn, dann Fähigkeiten. Also wenn das und das passiert, dann das. Das mag ich eigentlich nicht so. Ich mag lieber plus Krit, plus Verteidigung, so irgendwas. So, hier Initiativmeisterschaft für jeden nicht eingesetzten AP. Am Ende einer Runde erhöht sich Avianas Initiative in der nächsten Runde um 5. Es ist also nochmal schneller dran. Jo, okay. Abgehärtet durch militärischen Kampf und reine Entschlossenheit erhöht Aviana ihre Grund-LP um 5% und ihren körperlichen Widerstand um 5%. Ich glaube, den Punkt, der ist schon mal recht mächtig. 5% Widerstand, einfach mal so. Dann hier flink landet ein Gegner, einen kritischen Treffer gegen Aviana, erhält sie für den nächsten auf sie zielenden Angriff eine Ausweichchance von 20%, was man hochdrücken kann. Nochmal drei Punkte. Ich weiß nicht, wie weit. Dann 40, 60% oder 30, 40%. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. So, was kommt dann weiter? Aviana schirmt den Verbündeten mit der niedrigsten LP ab, sodass er für eine Runde geschützt erhält. Hm, okay. Das ist ja geil. Also passiert einfach so. Ist das auch ein Passiv oder was? Müsste ja eigentlich da stehen. Keine Ahnung, müssen wir aber die Klasse freischalten. Und hier greift Aviana von der Bewegung an, erhält sie einen Bonus von 3 vor der Bewegung an, auf die nächste Bewegung. Also kann weiter weglaufen oder sowas. Oder sich neu positionieren. Um die Oberhand zu gewinnen, meistert Aviana Gifte. Ihre Fähigkeiten fügen für drei Runden vergiftet zu. Ist sicherlich nicht schlecht. Aber warum steht er nie dann Passiv oder sowas? Oder gilt das dann nicht als Passiv, dass es nicht verwechselt wird mit da oben? Der Fähigkeit könnte auch so sein. Müsste mal mal gucken. Oder es gilt doch dafür, aber es wird hier noch nicht angezeigt, weil es halt nicht freigeschaltet wurde. Kritische Meisterschaft. Für jeden nicht eingesetzten AP am Ende einer Runde erhöht sich Avianas kritische Trefferchance in der nächsten Runde um 5%. Ja, könnte ganz geil sein. Zangenmeister nimmt Aviana einen Gegner in die Zange, erhöht sich der durch sie und ihre Verbündete verursachten Schaden um 4% und all ihre Widerstände um 4%. Das ist halt auch heftig. Ja, das ist nicht schlecht, wenn man da die Leute dementsprechend aufstellt. Das ist nicht schlecht. Ja, hier imperiale Kriegsführung usw. Also es sind schon richtig krasse Fähigkeiten drin. Ich kann jetzt, glaube ich, nicht alle durchgehen, oder? Sollen wir es mal machen? Einfach mal so ein bisschen durchgehen. Komm, was soll's. Durch das Studium ihrer Gegner erlernt Aviana die Fähigkeit Schattenklinge des Meuchlers und die Fähigkeit Gewaltiges Gebrüll des Wehrleoparden als Kriegszauber in ihr Zauberbuch. Okay. Imperiale Kriegsführung durch das Studium ihrer Gegner. Bla, 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 ja. Achso, hier erkennt... Ja, okay. Hier kriegt man also irgendwelche Zauber anscheinend von den verschiedensten Gegnern. Da wir aber noch nicht wissen, was die bedeuten, kann ich jetzt nichts dazu sagen. Könnte aber sehr, sehr wichtig werden. Hier Avianas, also ist stärker im Monstertöten gegen Bestien, Drachen und Riesen. Macht sie da mehr Schaden? Kann zweimal da erweitert werden. Ich gehe mal davon aus auf 10%. Achso, hier gegen Dämonen und Untoten und hier dann gegen Elfen und Menschen. Kann man auch wieder 6 Punkte reinsetzen. Dann macht sie da jeweils mehr Schaden gegen die Klassen. Durch die Manipulation des Lebensstroms erhält Avianna 5% des zugefügten Schadens als LP zurück. Sowas ist natürlich auch nicht schlecht. Und fügt Bluten zu. Das ist natürlich absolut mächtig hier oben. Eis an der Wille. Ah, das ist cool. Avianna wird immun gegen Verspottet. Das ist natürlich sehr heftig. Das ist heftig. Also generell hier vampirische Macht. Eventuell auch hier 1, 2 Fähigkeiten davon. Ja, hier unten. Also das mit der Zangenmeisterschaft finde ich noch super. Das hier ist die Frage, wie viel muss ich investieren? Ich glaube 10 Punkte. Das muss ich zuerst mal hinbekommen. Da muss ich sehr viel hier reinsetzen oder hier Initiative oder sowas. Weiß ich nicht. Wenn, da würde ich es hier reinsetzen. Auf jeden Fall. Abgehärtet Rang 1 und dann wahrscheinlich hier irgendwo so weitermachen. Hier 3 Punkte. Wann geht es denn hier weiter? 10 Punkte muss man da schon investiert haben. In Kampf. Ja, das muss ich mir mal genauer angucken. Und das dann eventuell mal angucken. Aviannas Fähigkeiten fügen ihren Gegnern auch für eine Runde Verspotte zu. Man kann es halt selbst verspotten. Was ist das hier in der Mitte? Flammen. Habe ich hier überhaupt schon geguckt, was das ist? Also genau, der Schaden. Ja, genau. Dann Flammenstoß, die sich, da sie sich in der Pyramantie übt, fügen Aviannas Fähigkeiten Gegnern für 3 Runden Brennen zu. Ist es ein kritischer Treffer, wird ein Flammenstoß entfesselt und fügt dem Ziel Urschaden zu. Auch nicht schlecht. Berserkertum ist es immer bei kritischer Schaden. Ja, könnte man auf Krit so spielen. Berserkertum fallen Aviannas LP unter 50%. Werden alle Behinderungen ihrer Bewegung entfernt. Aviana erhält beweglich und stark. Diese Zustände können nicht entfernt werden. Rache ist die Zahl der besiegten Einheiten im Kampf größer als die halbe Gesamtführung von Avianna. Erhöht sie körperliche Kraft schnell und angefeuert. Diese Zustände können nicht entfernt werden. Hm. Okay, hinrichten. Avianna fügt 10% mehr Schaden zu, wenn das Ziel weniger als 30% hat. Ja, das ist, kann man ein bisschen Gas geben, sag ich mal. Blut des Wehrwolfs, die Zwillingsmonde gewähren Avianna Regeneration. Wirkt nicht, wenn Avianna brennend ist. Monstertöterin als Fähigkeit. Was heißt die Zwillingsmonde? Also hat sie das generell immer oder was? Nehme ich mal an, oder? Hat sie immer Regeneration drauf. Ist natürlich auch geil. Aber ist natürlich dann schlecht zu manch anderer Fähigkeit. Hier muss man mal gucken. Da muss man viele Punkte hier reinsetzen. Und viele Punkte finde ich gar nicht so geil irgendwie so. Nicht geil genug. Nennen wir es mal so. Jedes Mal, wenn Avianna einen kritischen Treffer durch einen angrenzenden Gegner erleidet, schlägt sie rachsüchtig zurück. Ihr Konter ist immer ein kritischer Treffer. Jedes Mal, wenn Avianna einen kritischen Treffer durch einen angrenzenden Gegner erleidet. Hm. Auge um Auge. Also Krit gegen Krit. Gibt es so oft Krit? Und dann müsste man halt eben unten das auch skillen, dass sie da nicht den kritischen Angriff... Wobei, ja doch, hier konnte sie doch irgendwo den kritischen Angriffen ausweichen oder sowas. War das nicht hier irgendwo? Ja. Naja, sowas. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Ja, dann hier Zwielichtsmacht. Göttliche und unheilige Kraft. Plus 5% auf göttliche und unheilige Widerstände. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Hand in Hand. Die Kraft und alle Widerstände werden für jede Einheit, die neben oder einer anderen freundlichen Einheit auf dem Schlachtfeld steht, um 5% erhöht. Die Kraft und alle Widerstände werden für jede Einheit, die neben einer anderen freundlichen Einheit auf dem Schlachtfeld steht, um 5% erhöht. Das ist nicht schlecht, würde ich sagen. Das ist doch heftig, oder? Hand in Hand. Auch das hier ist heftig. Wie gesagt, das hier ist heftig. Da könnte man so rein skillen. Finde ich nicht schlecht. Dann hier macht das Neffelim. Ruft die Kraft der Zwielichtsebene herbei, sodass sich Kraft um 2% erhöht. Ist auch nicht schlecht. Ihr merkt es schon, Neffelim gefällt mir irgendwie. Zugriff auf Zwielichtseszenz. Zauber im Rang 2. Könnte helfen, weiß ich nicht. Segen des Hohen Pfarr. Das befehligt das Imperium. Erhöht die LP. Ach so genau. Hier haben wir die ganzen LP-Erhöhungen der verschiedenen Monster oder Einheiten. Hier dann Lebensregeneration, glaube ich. Dann der Untoten Horden. Hier haben wir die Verdammten, die dann irgendwie... Ach so, ist das überall Lebensregeneration? Ne, die haben auch Lebensregeneration, ne? Wenn ich das... Aber weniger, wenn ich das sehe. Ja, wird zu LP zurückgewonnen. Ne. Ach so, und hier ist ein Gegn besiegt ein Gegner. Ja, dann ist sowas eigentlich geiler. 15% immer, wenn ich Schaden zufüge. Finde ich dann irgendwie geiler. Also die Verdammten irgendwie, keine Ahnung. Dann die Elfen durch Galians Blick fügen Fernkampfeinheiten der Elfenallianz 20% mehr Schaden zu. Ist natürlich auch nicht schlecht. Also Elfen und Verdammte, sowas vielleicht. Ja, dank ihrer Bereitschaft in den Heiligen Krieg zu ziehen, fügen Nahkampfeinheiten des Imperiums 20% mehr Schaden zu. Ja, wäre auch geil. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Dann hier Segen des Hohen Vaters. Nichts kann uns entmutigen. Jede Runde, die eine Einheit des Imperiums auf dem Schlachtfeld bleibt, erhält sie plus 3 auf alle Widerstände bis zu ein Maximum von 30%. Das ist krank. Das ist krank. Das könnte mega heftig werden, wenn die Runden lang andauern, ich lange auf Heilung spiele und so. Also was mir echt gut gefällt. Ich hoffe, das setzen sie richtig um. Sorry, dass ich euch so zuquatsche. Wenn die das schaffen, das so cool zu balancen und umzusetzen, kannst du richtig geile Taktiken fahren. Dann kannst du vielleicht so eine Mischmarschtaktik fahren, so von jeder Einheit einfach die Geizten. Dann hast du halt eventuell eine schlechte Moral. Also von jeder Fraktion die geilsten Einheiten hast du eine schlechte Moral. Du kannst vielleicht später mit so einer Drachenarmee, also irgendwelche Figuren, die super viel Führungsstärke kosten, kannst du mit 1, 2, 3 Drachen da rumrennen vielleicht. Du kannst mit 10 kleinen Kreaturen rumlaufen, kannst das machen. Du kannst hier so eine Defensiv-Taktik spielen, indem du mit dem Imperium spielst und dann so auf Heilung und auf Zeitgewinnen spielst und so lange hoch buffen, bis du richtig stark wirst, weil viele Fähigkeiten darauf so ein bisschen abziehen. Das habe ich jetzt schon öfter gelesen, pro Runde dies, das, jenes. Es kommt auch, glaube ich, jetzt noch weiterhin hier Ausweichchance bei den Elfen pro Runde. Was haben wir hier? Ich glaube, starke kommt auch noch. Jedes Mal, wenn eine Einheit der Legionen der verdammten rote oder goldenen AP für den Angriff einsetzt, erhält sie 10 Kraft bis zu 100 zusätzlich. Sie erhält zudem 5 Initiative bis zu 50 zusätzlich. Das hat sie zwei Sachen hier, lebensräg und dann hier, dass die generell stärker werden, ist sicherlich geil und stärker und schneller. Und hier haben wir auch Macht. Jetzt muss ich gerade gucken. Für jeden Einheit im Friedhof erhalten Einheiten der Untoten hortet 10 Macht bis zum Ende des Kampfes, bis zu einem Maximum von 100 Kraft. Für jede Einheit im Friedhof. Das ist natürlich auch krass, ne? Hier auch 100 zusätzlich, aber hier müssen zuerst mal 10 Gegner oder meine Leute sterben. Also ich finde die Besessenen da irgendwie, die verdammten irgendwie cooler. Dann hier Glück. 10% Crit Chance kann man hier einfach mal mitnehmen. Ist halt schon mal richtig krass. Auch das wäre ein Skill, den ich gerne komplett durchskillen würde. Ich glaube, ich gehe auf Nepheline am Anfang. Ultimative Kraft verringert die Abklingzeit von ultimativen Fähigkeiten für Avianna und ihre Gefährten um eine Runde. Ja, haben wir glaube ich noch gar nicht, oder? Ultimative Fähigkeiten. Präsenz der Befehlhaberin haben wir ja schon gesagt. Das ist halt mega stark. Passive Fähigkeiten von Avianna wirken sich auf alle Verbündete auf dem Schlachtfeld aus. Ist halt echt heftig. Wir gucken uns gerade mal nochmal die passiven an. Nur mal ganz kurz nochmal. Also hier mehr Schaden, wenn ich kritischen Treffer mache. Das wäre schon geil. Also 10 Punkte irgendwie noch hier rein investieren. Hier auf Crit gehen auch. Und dann die kritischen Treffer machen da irgendwie. Oder der Gegner leidet dann auch noch mehr Schaden. Dann haben wir hier, haben wir eben gesehen, die Abklingzeit, die man irgendwie reduzieren kann. Dann neuer Schwung, dass sie wieder aufsteht. Gut, das wäre geil, wenn das jeder hätte. Stimmt. Das ist natürlich auch geil, wenn das wirklich funktioniert. Das wäre schon krass. Jede Einheit steht einfach wieder auf. Dann hier Führungsstärke. Gut, das kann ja nicht funktionieren. Das kann nur auf ihr funktionieren. Sonst hätten wir ja unendlich Moral. Avianna und Gefährten erhalten plus 1 Moral. Führungsstärke. Das ist halt die Frage, was zählt hier als Gefährten? Also wirklich nur meine Gefährten oder auch meine Einheiten? Je nachdem, ist es stark oder sehr stark. Dann haben wir hier göttliche Präsenz. Feinde zögern, weil sie nicht wissen, ob sie Avianna verehren oder angreifen sollen. So hat Avianna Gelegenheit, Angriffen auszuweichen. Sie halt immer entgehen, trifft ein Gegner. Avianna fügt sie ihm verängstigt zu. Weiß ich nicht, ob das wirklich auf die anderen umgewälzt wird. Ich weiß generell nicht, wie genau das mit dem Passiv da gemeint ist. Eigentlich muss es so sein. Und da wäre jeder meiner Figuren hätte diese Fähigkeiten. Ich kann mir das bald nicht vorstellen. Aber das hier vielleicht schon, dass man dann wirklich so eine Heil- und Schadenswelle da irgendwie auslöst. Das kann ich mir schon vorstellen. Dann Fernzauber Aviannas Aura wächst, sodass sich die Reichweite aller Zauber um 1 erhöht. Dann Arkanfluss Aviana übt himmlische Vergeltung, indem sie heiliges Licht entfesselt und jedem Gegner, der sie kritisch trifft, göttlichen und unheiligen Schaden zufügt. Fügt dem Ziel für 3 Runden verwirrt zu und Doppelzauber. Zauber kosten einen roten Angriffspunkt anstatt einen goldenen Angriffspunkt. Kann ich jetzt noch nicht so krass was damit anfangen, was das letzten Endes wirklich bedeutet. Klar, ist mir schon klar, aber wir haben noch so wenig Angriffspunkte und so weiter. Ich kann das noch ganz richtig einschätzen. Erhöht Schaden an Bossen um 5% und erhöht die Heilung durch nicht verbrauchte AP am Ende des Zuges um 3%. Göttlichkeit. Ist das dann eigentlich nur auf sie bezogen? Ja, muss ja so, ne? Sie kriegt dann mehr Heilung und so. Blitzschnell, Aviana erhält plus 1 Bewegung und Flächeneffekt erzielende Schäden werden um 15% erhöht. Cool. Dann zwischen den Welten. Aviana hat im Kampf immer körperlos. Dieser Zustand kann nicht entfernt werden. Ja, weiß ich nicht, was das dann heißt. Kann ich nicht angegriffen werden oder kriege ich einen relativ starken, ich denke, ich kriege einen relativ starken Defense Buff, nehme ich mal an. So, Zwielichtlegende und dann die Zwielichtszauber. Das sind hier, ja genau, Rang 2, Rang 3, Rang 4, müsste man sich mal angucken, mache ich mal für die nächste Runde oder sowas. So, und dann beim Magier, da war es relativ, was auch ganz nett, Teleportation kann man hier freischalten. Arcana Widerstand. Wirkt Aviana einen Abwehrzauber, erhält sie für 5 Runden Widerstandsfähigkeit, könnte ganz geil sein. Aber dazu muss es Seherin, Hexe oder Kriegsfürstin sein. Kriegsfürstin war doch auch da vorne, oder? Glaub ich, ja. Hm, keine Ahnung, muss man mal gucken, was das genau bedeutet. Also diese Klassen und so weiter. Ja, ich hoffe, ich langweile euch nicht damit, aber ich fand das eigentlich schon mal ganz geil. Ja, hier wird sie dann noch irgendwie stark, wenn man dann, das war glaube ich auch plus 15% Schaden oder sowas. Wenn ich einen Angriffszauber wähle, dann Urenergie, indem man die macht, nehmen das selbst anshaft, erhöhen sich Urwiderstände und Urkraft um 5%. Auch das ist nicht schlecht und könnte ich auch direkt skillen. Ja, Urwiderstände, ja, allein die Widerstände finde ich eigentlich schon immer ganz geil. Zwei Punkte reinvestieren, hier unten geradezu die Reihe halt, hier war glaube ich das mit den Ursachen, hier war Magie generell oder sowas. Genau, hier göttliche und unheilige und hier war irgendwo noch körperliche und so. Also kann man schon einiges an Widerständen auch mitnehmen, relativ früh und relativ easy. Ja, hier kriegt man Zugriff auf die ganzen Zauber, das müsste ich mir mal angucken. Akane, kritische Treffer, wirkt Aviana einen Unheiligen oder einen Urangriffszauber, erhält sie 5 Runden, bessere kritische Trefferchance. Mhm. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Kann man auch nochmal mit hier Krit und so weiter dem ganzen Gram verbinden. Überladen, durch das Heraufbeschwören des Mana-Stroms verbrauchen Zauber 10% mehr Mana, aber fügen auch 10% mehr Schaden zu, während Heilzauber um 10% mächtiger werden. Meisterbeschwörung teilt ihre Stärke mit jenen, also Aviana teilt ihre Stärke mit jenen, die sie beschwört. Beschwörende Einheiten fügen 5% mehr Schaden zu und bleiben eine Runde länger bestehen. Kann nett sein, aber dazu muss man Seherin freischalten. Zielzauber kanalisiert die eigene Konzentration und Einzelzielzauber fügen 5% mehr Schaden zu. Die Frage ist, kann ich nur eine Klasse wirklich spielen oder kann ich mehrere spielen? Wirkt auf mich manchmal so, als ob da noch mehr möglich wäre. Aber ihr merkt es, es ist unheimlich komplex und man muss sich da schon Gedanken machen. Mana-Effizienz. Aviana lernt den Mana-Strom zu konzentrieren, sodass das erforderliche Mana um 2% reduziert wird und sich jede Runde 4% ihres maximalen Manners wiederherstellen. Das ist halt schon richtig krass. Da kann man richtig rausknüppeln. Also um die krassesten Zauber zu wirken, denke ich mal, ist das hier Pflicht. Unheilige Meisterschaft, Zugriff auf die nächsten Zauberstufen in den jeweiligen Bereichen und hier oben dann auch auf 4 wahrscheinlich. Also hier kriegen wir die ganzen Zauber freigeschaltet und hier kriegen wir die Zwielichtslegende freigeschaltet. Ja, und mit dem Zwielicht, da spielen sie ja stark drauf an. Also es scheint schon hier der Hauptbaum zu sein, dass man den am Anfang mal hochskillt, denke ich mal. Es wirkt schon alles sehr stark da drauf ausgelegt. So, Zauberdurschlag und man weiß ja am Anfang auch noch gar nicht genau, wo man hin will vielleicht. So, das kriegt man erst so das Gefühl im Spiel vielleicht. Und da hat man hier schon relativ gute Sachen dann schon geskillt oder so. Gut, man kann eh umskillen, keine Ahnung. Ja, ist jetzt nur mal so eine Theorie. Da sie durch die Realität hindurchblickt, können Avianas Zauber und Fähigkeiten 5% göttlichen, unheiligen und Urwiderstand ignorieren. Das ist auch geil, so ein Durchschlagseffekt. Manaerstattung besiegt Aviana. Ein Gegner mit einem Zauber erhält sie 25% des eingesetzten Mannas zurück. Heilzauber entfernen auch einen zusätzlichen Zustand von ihren Zielen. Das ist halt auch geil. Die Zauber-Bann-Aura. Zu Beginn jeder Runde wird ein zufälliger negativer Zustand von Aviana auch entfernt. Habe ich glaube ich eben gar nicht vorgelesen. Und da haben wir hier oben Magiewelle, Flächeneffekt, Zauberfügen 2% zusätzlichen Schaden pro zusätzlich getroffenes Ziel nach dem ersten zu. So vom Feeling. Einfach so vom Feeling. Ich weiß es wirklich nicht genau. Also hier hätten wir natürlich eine Kriegerin. Die geht nach vorne, kloppt alles weg und so weiter. Macht irgendwie schon Sinn. Und kann auch mega stark sein. Es sind ja auch krasse Dinger dabei und so weiter. Mit Crit und so weiter. Da war da ja auch ein, zwei richtig coole Sachen. Auch hier mit mehr Schaden oder was da nochmal war, weiß ich gar nicht mehr. Ich müsste mir das auch wieder genau angucken. Aber es geht eigentlich fast immer nur auf Aviana. Aviana regelt so irgendwas. Und hier, gut, man kriegt noch irgendwelche Zauberfähigkeiten. Ich weiß nicht, wie weit man skillen kann. Aber vom Feeling her würde ich sagen, das hier und auch hier vielleicht der ein oder andere Zauber da mitzunehmen. Vielleicht kann man auch alles skillen. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Was sollten wir jetzt machen? Aber wenn ich schon sage, wir gehen hier in den Baum, dann sollten wir das auch machen. Hier die Kraft und alle Widerstände werden für jede Einheit, die neben einer anderen freundlichen Einheit auf dem Schlachtfeld steht, um 5% erhöht, denke ich, ist schon nice. Das können wir auf jeden Fall skillen. Und ich würde sagen, das ist ja auch unser erster Skill, den wir machen. Ist das jetzt ein Fehler? Nee, ich kann wie gesagt eh neue skillen. Und dann machen wir das mal so. Erhöhen das mal einmal, zweimal. Das sind die tatsächlichen Punkte, die wir haben. Und dann, ja genau, können wir auch bald die Moral hier freischalten. So würde ich jetzt mal sagen, beginnen wir einfach mal. Die 5 zusätzlichen Punkte, wie gesagt, kamen ja aus dem, ähm, hier aus diesem Digital Deluxe Edition Dingens. Die werde ich jetzt mal nicht investieren. Ja und dann würde ich sagen, gucke ich mir fürs nächste Mal auch noch die Zauber und so weiter an. Jetzt haben wir doch viel geschnackt hier über die Skillung und so weiter. Sorry. Aber ich würde es auch, ich denke es war interessant, warum nicht? Einfach mal so da drüber gequatscht. Da würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle hier weiter. Dann machen wir natürlich hier Quest, quatschen die Leute an, ähm, gucken, Moral kann ich ja nichts machen. Nö, da geht es eigentlich nur mit, äh, also hier im Spiel weiter. Und dann werden wir uns in 2, 3 Folgen vielleicht auch mal die Zauber genauer angucken. Welche Zauber wollen wir mal haben? Wollen wir vielleicht doch Richtung kriegerische Avianna gehen? Was mich halt nervt, wenn ich Zauber, wenn ich sie auf Zauber spielen möchte, steht sie halt einmal blöd rum, macht ihre Zauber. Dann ist sie halt nicht wirklich im Nahkampf. Außer ich bräuchte eine gewisse Defensive oder sie wird oft angegriffen. Ja, das kann auch sein. Keine Ahnung. Aber ich würde eher sagen, sie hält sich ein bisschen zurück, zaubert oder sowas. Und meine Einheiten werden stärker. So irgendwie als Befehlshaberin halt wirklich zu spielen sozusagen. Das wäre vielleicht das, wie ich sie vielleicht irgendwann spielen würde vielleicht. Ja, vielleicht schicke ich sie aber auch vorne rein. Sie soll alles niederknüppeln, weil sie einfach wahrscheinlich später auch die stärkste Figur ist. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Ihr merkt es schon, ich weiß es auch noch nicht genau. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie würdet ihr skillen oder wie? Habt ihr geskillt? Habt ihr vielleicht irgendwas richtig krasses rausgefunden? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ja, und ansonsten machen wir in der nächsten Folge hier weiter. Ich bin mal gespannt und wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Ciao.